Hey, sorry, das sind wir wieder. Ich weiß gerade gar nicht, welches Trick wir sind. Morda Die, The Do, The Die. Nee, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab ne Angel. Geil. Ich hab zwei Angeln. Hat sich gelohnt, ja. Ach nee, ich hab keine Angel, weil du die Angel hattest, die ich haben wollte. Ach so. Äh, äh, ich geh gerade nach hinten, da wo du verbrannt bist. Wir werden wieder verprügelt mit der Faust. Geil. Da wo du verbrannt bist, weißt du noch? Ja, ja, ja. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin wirklich fast hinter dir. Dann halt, halt's mir fern. Oh, oder lauf weiter. Okay, lauf. Warum schlagen die uns? Warum? Steinschwert. Okay, perfekt. Töte sie. Guck rein, guck rein, guck rein. Da ist ein Dingens. Da ist ein, äh... Alter, willst du dich verarschen? Geh nach Hause. Hier sind ganz viele. Manu, töte sie. Ja, geh nochmal dahin, da war Brot. Okay. Ach, ich lösche mich vielleicht erst. Ja, meinst du, dir bringt das was? Bekillt. Bekillt. Mein Gott. So, hast du irgendwas tolles? Ja. Du hast da Brot geholt, ne? Ja, ja, ich hab Brot. Oh, cool. Oh, Mockingjay. Oh. Und Fisch. Ja. Was? Brot und Fisch hab ich. Das ist es. Oh, guck mal, du bist unsichtbar. Ah, wir sind, äh... Ach so. Das riecht, was unsichtbar beweilen kann. Ja, das, äh, packe ich mal hier rein, damit sich einer freut. Damit wird diese Frage auch geklärt. Mockingjay. Na. Noch besser aus der Quip für mich. Voll egoist. Ich bin nackt. Manu, schütz mich. Ja. Ja, obwohl, wenn ich nackt bin, dann kann ich unsichtbar werden. Stimmt. Ja, obwohl, das bringt dir nicht viel. Ja. Hast du irgendeine Waffe, irgendetwas? Ich hab ne Angel. Mhm. Wow. Gehirn? Also, hier, äh, Essen nochmal für dich. Ja, du hast ja alles getötet. Hatten die, ne, die hatten ja kein Schwerterbeißen. Ne. Sonst hätten ich nichts weiteres. Ach, da ist nochmal eine Kiste. Ne Axt, perfekt. Die ich rausgenommen hab? Ja, genau. Voll dumm, ey. Keine Ahnung, was mit mir los ist. So, wollen wir... Ne, kein Target, schade. Sonst wäre das schön gewesen. Ah, oh, Eisen. Noch ein Eisen und ich kann... Hier, ich hab was für dich. Komm mal her. Oh, Goldschmier. Ja, ich hab sogar einen Kuchen für uns. Einen echten Kuchen. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Nein, lauf, Mordado. Hab ihn, hab ihn, hab ihn fast... Ich hab ihn fünfmal erwischt oder so mit der Holzsaxe. Fein gemacht. Ja. Oh, ich hab ihn nicht gebostet. Krieg ich das Holzschlag? Hier, geh dahin. Danke. Ich geb dir meine Hosen. Oh, von Manuel getragen. Ich hab vier Eisen, ich hab... Ich kann nur zwei Eisenschwerter machen. Komm mit. Perfekt. Ja gut, dann würde ich sagen, sieht das schon mal etwas besser aus. Ja, ja. Vielleicht. Wo fühlst du denn aus? Hä? Weil ich die ganze Zeit nackt rumgelaufen bin. Ja, egal. Ich aber nicht. Ich hatte ja Manu. Zählt einfach nur... Weißt du, alles, was mir passiert, ist wichtig. Und wenn du dann da halt rumkrebst mit keinem Item, dann... Ja, ich hätt mich einfach hinter dir verstecken können. Manu kann einen beschützen. Ja. So, äh... Beschützt du mich mal? Ja, klar. Ähm... Wie viele lebende noch? Genug. Hier, nimm. Schluck. So. Ja. Ja. Cool. Wir sind hip. Ich bin richtig hip. Wollen wir die Leute töten? Ich hab aber keine Hilfe. Oder wollen wir zu nem Packet gehen? Äh, ich würde auch jetzt gerne... Immer... Nein. Pack das Eisenschwert weg. Lauf unauffällig rum. Kannst du mit dem Eisenschwert rumrennen? Ich laufe mit der Holzachs rum. Begrüßen. Ich renne mit nem Keks rum. Mit nem Fisch. Mit nem gebratenen Fisch. So was hab ich leider nicht. So was kann ich mir nie leisten. Was rennt das denn, was ich sag? Care Package? Gibt's ein Care Package? Ja, gibt's. Komm mit. Ja, es sind Sachen abgestürzt. Wollen macht das Feuer aus? Oh, ich hab richtig Angst vor... Ne, vor'n unsichtbarem Feuer. Ich laufe nen riesen Bogen jetzt außen rum. Ach. Oh, da so, ey. Das ist richtig gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Wenn du wüsstest, was mir da schon alles passiert ist. Ja. Ich hab's ja gesehen. Das war so traurig. Ich hab sieben Pfeile, aber keinen Bogen. Übrigens. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, es geht immer höher. Oh nee, ey. Bei mir war ich die ganze Zeit in dir. Da kotze ich ja immer. Unter uns ist einer. Und hier... Alter, wo ist denn das? Warte nach oben? Warte nach unten. Ich geh mal nach unten. Ah, da ist Wasser. I believe I can die. I believe I can die in the sky. Boden. I believe. Nix drin. We will killing someone. Maybe. Und da ist ein Bogen. Ja, wow. Ein Bogen. Ein Blitz. Geistig behindert. Wie kann man das denn verwechseln? Äh. Alter, ich hab drei Steinschwerter. Was mach ich damit? Essen. Warte mal. Komm, damit unsere Feinde, wenn sie uns töten, nicht so viel bekommen. Einfach mal alles reinwerfen. Ja, mein Eisenschwert auch. Okay. Ah, komm. Komm. Brauchen wir alles nicht. Hier, Gold. Kriegst du auch noch. Ja, der heilige Gott. Daraus hätte man einen Goldabfall machen können, wenn wir genügend haben. Ja, das war nur... Ach, das ist so unwahrscheinlich. Ich hab Äpfel. Oh, spinn, spinn, spinn. Wir können Level machen. Oh, perfekt. Stimmt. Und, äh, wir können Fäden bekommen und nochmal einen Dingscraften, Bogen, falls wir... Ach ja. ...Sticks haben. Das kann ja auch machen, ne? Ich hab fast ein Level. Fast, ganz knapp. Lass mir die... Okay, da hinten liegt. Die ist EP. Okay, Level. Hol du dir noch ein Level. Hab ich. Das reicht nicht. Du hast die alle weggesnackt. Ja, ich hab das andere noch aufgehoben. Hier, äh, es mal. Hier ist ein Kuchen. Äh, ja, ich hab grad gegessen. Oh. Natürlich traurig. Ich wusste nicht, dass ich Geburtstag haben werde. Oh. Ja, komm, bitte. Äh, hast du noch drei Sticks? Ah, deine Spinne. Renh hin, renn hin. Oh nein. Hahaha. Es stirbt einfach. Äh. Ich hab fünf, äh, Fäden. Fünf Fäden? Ah, und ich hab auch genug. Ich hab genug Sticks, ja. Hier ist noch ein Steinsperten, Kompass und alles Mögliche, okay. Ach, brauche ich. Das ist hier. Nix, das haben wir schon gelootet. Komm zu mir. Ja, ja. Äh, hierhin geht's ja. Ich seh schon. Komm mit. Ich hab aus Zufall den, äh, Gang gefunden. Ja, das war dein Orientierungssinn. Ja. Mach dich nicht mehr selbst runter. Ähm, wir haben grad noch zwei Distrikte? 3, 3, 3, 3 Distrikte. Schärfe, ja. Verzauber, du. Beschütze dich. Ich hab kein Level. Ach so, stimmt. Ist ja die Spinne nicht getötet, äh. Beschütze mich. War das so? Nee, war wahrscheinlich andersrum, stimmt. Oder? Hm, die Strings müssen gerade sein. Mir fehlt ein Faden, dann kann ich dir auch noch einen machen. Ja. Aber nur einen. Hier. Hast du Pfeile? Nö. Ich bin ja da. Ich hab schon wieder Fahrtschrung gemacht. Da kommt jemand. Da oben ist jemand. Ist mir egal, ich mal jetzt ein Bogen. Er ist ein, äh, äh. Ich renne hin. Okay. Der hat einen verzauberten Bogen. Ist mir egal. Ne, Angel. Eine verzauberte Angel? Das ist für einer. Okay. Töten. Ja, mach ich. Oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Bevor nur ein anderer kommt. Oh Gott. Hier, kein, aber da hängt ein Pfeil in der Wand, den will ich haben. Oh. Ich hab ein Level, ich hab ein Level, ich hab ein Level. Da oben ist aber noch jemand. Ja, ich seh's. Da sind zwei. Warte, wollen wir jetzt runter? Runa, runna, runna. Okay. Lauf, Forrest. Ich laufe. Oh mein Leben. Abgezockt. Ah. Das ist mir zu risky. Da oben ist er. Lauf, unverzauber. Weh, ich krieg kein Level 1, gleich am Anfang. Ach, Gott sei Dank. Sharpness, ja, hab ich. Ah, er hat Angst. Er hat Angst. Da rennst du weg, ne, du Bastard. Oh, ich hab ein Clip. Komm her, komm her. Nein, 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 komm her. Der hatte auch einen Bogen, eine verzauberte Angel. Hier, falls du das noch brauchst, keine Ahnung. Den Helmand ziehen. Zieh den Helmand. Ah. Oh, die hab ich ja schon. Genau, bewerf mich. Geil. Genau, mein Fetisch. Oh, ich hab sogar einen Pfeil. Oh, erstmal nicht getroffen. Okay, dann mein einer Pfeil. Boah, beide getroffen, nice. Ah. Kehrt mich, Manu, aber wir haben bessere Rüstung. Und der scheint allein zu sein. Nee, nee. Ach nee, hier ist das unsichtbares Pfeil. Gut, ich hab grad mich richtig erschrocken. Runa, Runa, erstmal wieder Abstand suchen. Ich habe wieder vier Pfeile. Drei. Oh Gott. Oh Gott, hatte vier. Da ballert man. Da komm mal mit. Oh, nee, hinter uns. Hinter uns ist er. Erstmal Abstand suchen. Komm mit. Komm mit. Hier. Siehst du mich? Bin bei dir, ja. Äh. Hier, nimm mal das. Nimm mal das. Eisenhose hab ich schon. Eisenhemme hab ich schon. Oh. Das wusste nicht. Ich heb trotzdem auf. Hab ich. Ähm. Ich habe selbst Eisen. Ich hab nicht einen Bogen verzaubern. Hast du Pfeile? Drei, ja. Äh. Hier, nimm Power 1. Ja. Ich hab keine Pfeile mehr. Ja. Das ist aber schickbar. Okay, wo ist er? Bestimmt nur da, da ist er. Er hat grad eigentlich... Nein, du bist reingelaufen. Er brennt aber, der, der kann nix mehr. Oh, fuck. Aber da ist noch der andere. Ich renne wieder zurück. Ja. Drauf, 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 drauf. Ich lauf rechts rum. Ja. Ah, er läuft aber eh da nach hinten. Er hat sich selber angefackelt. Ja, aber dich auch. Ja, egal. Ich ess. Hm. Ich hab grad Angst, dass hinter uns einer ist. Nee, hinter uns keiner. Guck mal, meinst du, damit triffst du mich jetzt? Er hat dich getroffen. Nee, ja klar, weil ich jetzt drauf geschissen hab. Davor ja nicht. Ich hab jetzt die walttödigen oder weich ich aus? Ich hab zwei Diamanten. Lol. Äh. Woher auch immer? Ich glaub, da liegt immer noch einiges. Ja, da liegt immer noch einiges. Warte mal eben, hier sind noch mehr Dias. Warte. Komm mal, komm mal her. Ich bin da, ich bin da. Weißt du was? Renn, renn, renn und mach. Renn und mach. Äh, hab ich Sticks? Ja, ich hab Sticks. Ich renn. Ich renn, Manu. Aber ich hab kein Level. Das ist ein bisschen doof. Ja, da macht's keinen Sinn. Da macht's keinen Sinn. Ja, gut, dann geh mit zu sein. Obwohl, ich kann ja schon mal grafen und hier das dann übergeben. Dann mach mir das mal so. Oh, da ist jemand, da ist jemand in der Mitte, Manu. Ja, dann versuch noch zu hirten. Versuch noch irgendwie zu treffen. Zu zweit ist das sicherer. Ja. Danger to go alone. Tick, sieß. Diep, 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 diep. Alter, ich hab grad gedacht, die Skelettköpfe bewegen sich. Da hinten ist er. Komm. Ah, nein, noch einmal treffen. Shit. Hä? Ich kann mich direkt bewegen. Hä? Ah, jetzt. Okay. Das hat geleckt. Okay, erst direkt. Ich hab ein Dia. Wie sich die Arena verändert, ist richtig cool. Ja, ich geb dir was. Immer schön essen, Maudardo, ne? Ja, ich ess grad. Äh. Ich lauf grad. Der Typ ist wahrscheinlich irgendwo da hinten, der andere. Hm. Hab ich noch irgendwas besseres? Nee. Meine Rüstung ist auf. Perfekt. Gut, dann WTF die Arena. Greif auch nochmal, ja. Eben. Lieber, lieber im Team. Oh Gott. Das leckt richtig, weil das sich hier aufbaut. Ja. Wie viele leben noch? Einer. Okay, gut. Der hat sich aber irgendwo versteckt. Da ist er. Nee, der hat sich nicht versteckt. Er ist da. Einfach von beiden Seiten. Okay. Ah, fuck, keine, kein Bogen mehr. Du benutzt einfach nur die Angel. Oh, das war ein Rasse-Endkampf. Hoi, ja. Komm, Bam. Manu. Wirf deine Atemstelle weg. Wieder bei Null. Oh, meine Diaz. Ja. Ganz viele. Okay. Ich war nicht schnell genug. Manu hat's in den Winter besser gelernt. Oh, ich war nackt, ja. War geil in der Lava. Wenn die Lava an deinem Anus entlang fährt. Schon geil. Müsst ihr mal probieren. Im Real Life. Äh, gut. Ja. Dann würde ich sagen, wartet hier mit Team Survival Games. Guckt in die Videobeschreibung. Da ist der Mordadidado verlinkt. Äh, ich glaube, es macht wenig Sinn jetzt für etwas zu werben, was bei dir vor zwei Wochen kam ungefähr. Aber ihr könnt ja mal nach Janet's Play auf seinem Kanal suchen. Dann findet ihr wahrscheinlich Syndicraft Games. Und dann sehen wir uns da. Vergesst nicht, den Part zu bewähren. Tschüss. Machst du mal Tschüss? Tschüss. Hab ich. Hab ich nicht. Hab ich nicht gehört. Nö. Schäm dich.